und damit herzlich willkommen auf einem rostigen konnal konnal einmal das heißt für ein kleines fnaf fangame wo ich bin wir zusammen five night at freddy's danger series ich würde sagen wir starten mal ein neues spielchen in new game 12 am first night who activates the music during the night hmm it is worst world considering what is it is late rot oh das geht aber schnell rum kein gimmick gut oh je ich glaube ich habe wieder alles kaputt gemacht wo kommt er wo kommt er wo war die windmaschine ein Tür zu nein 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 was der Vigilationssystem ist broke what wie das wie das was shit ich habe hier ja gar nichts was 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 wie kriege ich das Ventilation wie kriege ich das Ventilation weil ich die 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 So warte, wie kriegt das wieder ganz? Wie kann ich das reparieren? Wie kann ich das Ventilation System wieder reparieren? Sagt mir das doch mal jemand. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe hier gar nichts mehr. Leute, ich verstehe hier absolut nichts. Wie repariert man das? Gut. Hä? Hä? Shift complete, random bonus. Okay. What? Continue? Hä? Pumpkin is watching you. Thank you very much. Ich verstehe es nicht. Wieso war es so warm? Es waren doch erst drei? Oder? I don't understand it. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Aber hier sind wir schon mal bei Nacht 2. Das ist doch nur das Problem. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Kamera. Hier passiert absolut nichts. Kein Jumpscare, kein gar nichts. Und auf einmal war es Sex. Mysteriös. Was? 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 Das verliert mich. Was? 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 Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Hä? Es passiert ja auch nichts. Komisches Spiel. Komisches Spiel. Komisch, oder? Was? Hier tut sich gar nichts. Also bisschen mehr Action hätte ich mir jetzt eigentlich schon gewünscht. Was? Immerhin war mal jemand da, ne? Verwirren! Was? 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 Oh, es ist warm, Leute. Das ist so von mir rein so viel. So viel Sound so viel. Danke für das Gespräch. Wo kam er jetzt her? Ich probiere nochmal. Zweite Nacht. Wo kam er jetzt her? Ist ja unfair. Ich habe die Tür zu und dann auf einmal kaputt. Und wenn er auf einmal hier einen Jumpscare macht? Wie soll ich da noch eine Maske aufziehen? Dann habe ich ja gar keine Chance. Ich habe keine Chance. Dum-de-de-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Oh, wie ist das? Warum habe ich hier kein Gimmick? Ich höre Geräusche. Wenn ich meinen FPS sehe, wäre es schämend. Ich höre Geräusche. Ich höre Geräusche. Was? Hi? Nix hi! Signal interruption. Zwei! 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 Ich bin doch planlos. Hilfe! Ich weiß absolut nichts. Oh, jetzt habe ich es jetzt wieder nicht. Tür mal schließen. Da kommt er wieder. Oh, jetzt ist er wieder. Mist! Das Teil ist kaputt. Ich habe es sowieso verkackt. What? Oh, mach mich ja nicht verrückt. Hallo? 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 Hau ab! Den haben wir ja überlebt. Oh, Jesus Christ. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich habe die Maske auf in der Kopf. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich habe die Maske aufgehabt und sterbe trotzdem. Du legst mir morsch. Weißt du? Du legst mir morsch. Ja, Leute. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Keine Ahnung. Ich habe die Maske aufgehabt. Und konnte nichts tun. Und bin gestorben. Und bin gestorben. Vielen Dank für das Gespräch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich werde es jetzt erstmal bei diesem einen Part lassen, weil... mehr kann ich ja nicht tun, wie die Maske auflassen. Und trotzdem sterben? Nö. Wenn ihr vielleicht einen Tipp habt für mich, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten bleibt es bei diesem einen Part von diesem Teil. Ich hoffe, ihr hättet trotzdem ein kleines bisschen Spaß. Nach der Eins haben wir merkwürdigerweise überlebt, weil auf einmal war es Sex. Naja. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Das war auf Five Line and Freddy's Danger Series. Nach der Eins überlebt. Immerhin etwas. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Genießt das Leben. Genießt die Wärme. Bis zum nächsten Mal auf meinem Rosti-Kanal. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Ich sage Tschö mit dem Fingerling-Rotz. Goodbye and Goodnight. Euer Rettner. Tschaui. Tschö.